Herzlich willkommen zu einer neuen Reise durch die großen Arcana des Tarot und heute schauen wir uns den Narren an. Da ist die Karte der Narr und beim Narren geht es ja, man sieht auf der Karte einen Wanderer, einen Hans Guck in die Luft könnte man fast sagen. Er hört die Warnung des Hundes nicht, der hinter ihm bellt. Er wandert da mit seinem Stock und seinem Wanderrucksack da durch die Welt und geht eben auf den Abgrund zu und schaut wie gesagt in die Luft, zieht aber den Abgrund nicht. Und der Narr ist die Karte Null in der großen Arcana und das heißt die Null beendet den Kreis der Arcana, aber beginnt ihn dann auch wieder. Also es ist so eine Mittelkarte zwischen Anfang und Ende kann man sagen. Und das Interessante bei dieser Karte ist, dieser Wanderer, dieser Narr, also diese Person auf der Karte trägt eine weiße Blume in der Hand und das wird so gedeutet als die Unschuld, die Naivität und man geht davon aus, dass er eben Glück hat, dass er nicht hinabstürzt und dass er eben rechtzeitig auch entdeckt, dass er bremsen muss bzw. sich auch noch hochhalten kann. Und das ist eben so diese Magie dieses Narren. Und der Narr selber ist auch jemand, der außerhalb unserer Gesellschaft steht. Das ist so der klassische Hofnarr zum Beispiel, der dem König als einziger einen Spiegel vorhalten kann, der als einziger den Mächtigen einfach auch zeigen kann, die parodieren kann und sich lustig machen kann über die. Also der steht außerhalb des Systems, der hat die berühmte Narrenfreiheit. Und heute wollen wir uns das anschauen, diese Begriffe wirklich so der Narrenfreiheit und zwar Narren nicht im Sinne von verrückt, sondern aus dem System ausbrechen noch einmal. Und was ist es denn, wenn wir uns aus uns befreien, aus unserem System befreien, aus unseren Verpflichtungen befreien, wenn man einmal sagt, okay, wir kommen ja nicht raus, also es ist keine Befreiung per se, dass ich sage, ich reiße alles nieder, sondern es ist einen Blickwinkel, den Blickwinkel zu ändern, den Blickwinkel an unsere finanziellen Verpflichtungen zu ändern, den Blickwinkel auf unsere Beziehungen zu ändern, auf unsere Arbeitsbeziehungen zu ändern. Also einfach einmal ein bisschen dieses out of the box gehen, ein bisschen raus aus den eigenen Einschränkungen und schauen, was da übrig bleibt, was denn, was man machen kann, wenn man diese Leichtigkeit ins eigene Leben reintransportiert. Und diese Reise, genauso wie diese Karte, kann ein Abschluss, dass ich sage, ich lasse jetzt was hinter mir, ich pfeife jetzt drauf und gehe einfach weiter. Oder halt auch ein Neubeginn sein, in dem ich sage, okay, ich breche da jetzt zu ganz neuen Horizonten und Ufern auf. Aber wichtig ist dabei diese Leichtigkeit und keine Angst vor den Autoritäten. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin, also schließe einfach mal so deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und mit ihrem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und du hast vorhin schon das Stichwort gehört, Angst vor Autoritäten, dieses Autoritätshörige. Und jetzt frag dich mal, was denkst du denn steht über dir und was denkst du denn kann über dich bestimmen? Sind das deine monatlichen Rechnungen? Ist das eine Partnerin, ein Partner? Sind das Nachbarn? Vielleicht dein Chef, deine Chefin in der Arbeit? Welche Autoritäten hast du denn, die über dich bestimmen? Vielleicht ist es auch das Gefühl einer politischen Autorität, einer spirituellen Autorität. Gott, der über dich wacht, zum Beispiel. Erlaube dir jetzt auf jeden Fall mal, alle diese Autoritäten zur Seite zu geben. Und das mit Leichtigkeit. Das heißt, du nimmst jetzt einfach mal etwas, wo du denkst, das wacht über dich oder das beschwert dich. Und du stellst dir mal vor, dass alles Beschwerende, alle Autoritäten Luftballons sind, vollgefüllt mit Helium, die ganz leicht in den Himmel schweben. Aus schwer mache ich leicht. Ich mache mir jetzt meine Welt, wie sie mir gefällt. Alles, was mich beschwert, jegliche Autorität, wird zu einem bunten Luftballon und schwebt hinweg. Auch deine Eltern schweben weg. Die bestimmen nicht mehr über dich. Die Angst vielleicht, die du hast vor den Meinungen von anderen schwebt hinweg. Auch die bestimmt dich nicht mehr. Und je freier du von Autoritäten wirst, umso mehr kannst du deine wahren Grenzen ausloten. Ich erlaube mir jetzt, meine wahren Grenzen auszuloten und diese Grenzen sind nicht existent. Und als Symbol dieser Unbegrenztheit siehst du nun diese weiße Rose vor dir, eine weiße, strahlende Rose. Die ist aus Licht gewachsen und die manifestiert sich jetzt vor dir im Hier und Jetzt in diesem Raum in dieser Zeit wächst vor dir diese weiße Rose und sie wird größer und heller und das Licht dieser Rose weist dir den Weg. und nun erlaube dir die nächste Stufe der Befreiung zu erreichen. Zuerst wurdest du frei von Autoritäten und jetzt befreist du dich von Verpflichtungen von allen Verpflichtungen, die dich belasten. Deine Rolle als Frau, als Partnerin, als Mutter, deine Rolle als Mann, Partner und Vater, auch diese Verpflichtungen werden nun Luftballons und schweben in den Himmel hinfort und du spürst jetzt, wie das Licht dieser weißen Rose sich weiter ausbreiten kann ohne Grenzen, ohne die Grenzen deiner Autoritäten und Verpflichtungen und nun erlaube dir etwas völlig noch nie Dagewesenes zu lösen Zeit und Raum Das Korsett von Zeit und Raum darf sich jetzt lösen und du bist inspiriert von diesem Licht der Rose und das Konzept von Zeit und Raum löst sich um dich in dir auf und damit auch die die Verkörperung der Rose und es bleibt Licht es bleibt Bewusstsein es bleibt alles was ist und in diesem Gefühl diesem alles was ist beginnst du dich nun zu bewegen zu tanzen nach vorne zu streben du spürst den Tanz des Lebens und du spürst dass du Bewegung bist unendliches Licht und spüre jetzt in dieser Energie wo sind Nöte Ängste Sorgen wo ist dein altes ich dein altes Bewusstsein verglichen mit der prachtvollen überirdischen Bewusstheit die du bist all diese Augenblicke sind wie Sandkörner und sie fallen ab von dir jeglicher Ärger jeglicher Zwist es spielt keine Rolle im Verhältnis zu deinem Wesen und du spürst diesen Weg und du spürst du kannst dir diese Schwingung erlauben und du kannst dieses hohe Bewusstsein erlauben und auch einladen du kannst jederzeit in diese Energie eintauchen sie löst und erlöst sämtliche Blockierungen in deinem Leben und nun wo du in Bewegung bist erlaube dir dieses Licht und dieses Bewusstsein noch einmal auf deinen Körper zu richten auf deinen physischen Leib und nimm jetzt sämtliche Themen aus diesem Leib hinaus und bring sie in die Heilung Verspannungen Schmerzen und Körper teilen egal was es ist bring es jetzt raus sämtliche Belastungen meines Körpers genauso wie diese Illusion dass du alterst und dass es alter schwerer ist all das darf jetzt deinen Körper verlassen wie unzählige Luftballone die in den Himmel steigen und es lösen sich sämtliche Beschwerden und dein göttliches Licht manifestiert sich in dir und atme das mal tief ein und schau noch mal zu wie sämtliche Blockierungen sich lösen und wie sich diese Leichtigkeit dieser ewige Fluss in dir manifestiert und wie du aus dem Licht wieder mehr und mehr Form annimmst aber eine heil eine heile eine geheilte Form Ich spüre Unbeschwertheit Ich spüre Bewegung Ich spüre unendliche Dankbarkeit und ich erlaube mir diesen Weg voller Freiheit Liebe und Zuversicht zu gehen Atme noch mal tief ein und wieder aus Bewege Bewege Arme und Beine und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt in diese Zeit in diesen Raum zurück Und wenn du dich wieder gut spüren kannst dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt in diese Zeit in diesen Raum zurück Wie ist es dir gegangen? Schreib es mir gerne in die Kommentare und lass mir natürlich gerne immer einen Daumen hoch da abonnier den Kanal Ich fand es eine sehr spannende und erhellende Reise und bin natürlich gespannt wie es dir damit gegangen ist und wenn du mehr solche Erfahrungen machen willst und vielleicht auch mal live in der Gruppe in Linz dann schau einfach bei meinem Kursprogramm vorbei und da freue ich mich natürlich wenn wir uns mal live in Linz bei einer Sitzung oder natürlich bei einem Workshop sehen Ich wünsche dir alles Gute bis zum nächsten Mal aus dem wunderschönen Linz Dein Oliver bei R&E Tschüss Dein Oliver bis zum nächsten Mal t Sugar Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020